Die Vampire und Lykaner liegen seit Jahrhunderten im Krieg und verwandelten unsere Welt in ein Schlachtfeld. Für mich ist das ein persönlicher Kampf. Alle, die ich geliebt habe, sind getötet worden. Jetzt müssen wir uns einem neuen Krieg stellen. Selene, die Lykaner haben sich neu organisiert. Sie haben einen neuen Anführer, Marius. Ich bin fertig mit diesem Krieg. Aber er ist noch nicht fertig mit dir. Er will dein Blut und das Blut deiner Tochter. Nicht mal ich weiß, wo sie ist. Ich habe eine Botschaft für euch. Sag euren Marius, ich werde ihn jagen. Verstehst du diese Botschaft? Wir brauchen Selene, um den Krieg zu beenden. Man kann ihr nicht trauen. Sie hat von uns allen das reinste Blut. Sie ist der Schlüssel für die Zukunft der Lykaner und Vampire. Und wenn wir das Blut von Selene und ihrer Tochter haben, werden wir unbesiegbar sein. Ich werde mächtiger sein als jeder Vampir dieses Ordens. Du musst mir helfen, sie zu beschützen. Ihr müsst Richtung Norden. Dort findet ihr Antworten. Wenn du diesen Krieg gewinnen willst, musst du weitergehen, als es je ein Krieger deines Ansehens getan hat. Unmöglich. Nichts kann ihn jetzt mehr aufhalten. Es sind zu viele von ihnen. Sehe ich besorgt aus. Alles, was ich will, ist dein Blut. Komm und hol es dir. Komm und hol es dir.